Bitcoin, Achtung, jetzt wird es interessant am Chart, was wir jetzt ganz konkret bei Bitcoin als auch bei Ethereum in den kommenden Stunden und Tagen am Chart erwarten, erfahrt ihr jetzt im Detail in diesem Video. Und damit würde ich sagen, servus und herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update von Trading on Air. Wir schauen uns heute Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elliott-Wellen-Theorie an, gehen zu Beginn wie immer ganz kurz darauf ein, was sich überhaupt in den letzten 24 Stunden getan hat und gehen dann natürlich rüber in den Chart, was hat sich da ganz konkret getan. Welche Levels sind jetzt wichtig und was, wie gesagt, erwarten wir in den kommenden Stunden und Tagen. Bevor wir anfangen, wie immer noch eines vorweg, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls es noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet auch die Glocke aktivieren. Über einen Kommi, um den YouTube-Algo zu supporten, würden wir uns natürlich auch wie immer mega freuen. Start mal rein, Bitcoin notiert hier leicht unter den 26.600 US-Dollar, ist damit gesehen auf die letzten 24 Stunden 0,3% im Minus. Ethereum hier ein bisschen zugelegt mit 0,4% im Plus, notieren hier bei den 1637 US-Dollar. Gehen wir rüber in den Bitcoin-Chart und beginnen jetzt erstmal hier auf dem 4-Stunden-Timeframe. Daily-Timeframe-Levels haben sich eigentlich nicht geändert, sind einfach die wirklich markanten Wix nach oben und nach unten raus. Könnt ihr gerne das Video von vorgestern auschecken, wenn ihr euch das interessiert, sonst starten wir nämlich hier jetzt direkt ins Geschehen rein. Ganz kurz zum übergonnen Count, wir gehen davon aus, dass wir seit unserem All-Time-High in einer WXYXZ-Korrektur abverkauft sind. Heißt, dass wir jetzt hier auch bereits unsere letzte Welle Z hier unten auch gefunden haben und jetzt eben demnach in den nächsten Aufwärtsimpuls rein starten. Da gibt es jetzt aktuell ja mehrere Optionen. Wir fangen erstmal mit der, ja aktuell stand jetzt unsere Meinung nach unwahrscheinlichsten Optionen an. Und zwar, dass wir eben hier einen Impuls bis zu unserem aktuellen Top-Counten, dann jetzt hier gerade eine A runter gesehen haben. Heißt, dass diese auch bereits mit unserem letzten Low hier gefunden worden ist, dann jetzt eine B reinbekommen würden, um dann nochmal in der C abzuverkaufen. Die Option gibt es, ist von den drei, ja sagen wir jetzt mal aktuell eher die unwahrscheinlichste. Da würden jetzt die Bereiche hier beginnen bei den 28.140. Fokus auf den Golden Pocket in Kombi mit der Ineffizienz bei den 28.9. Das wären so die zwei Bereiche, die jetzt hier für die B interessant werden würden, um dann natürlich nochmal mit der C abzuverkaufen. Und da erwarten wir hier dann mindestens nochmal das Anlaufen von den 23.6. Wir gehen eher davon aus, dass wir uns dann hier in Richtung Golden Pocket bewegen, bis runter auf die 20.900, eben 21.000 US oder da eben die Region. Etwas wahrscheinlicher unserer Meinung nach ist folgender Count, dass wir hier eine 1 bis zu unserem linken Top zählen. Demnach hier die 1 schon etwas früher gefunden ist und wir schon etwas länger in der 2 sind. Und dann die 2 hier eben im Flat zählen. Heißt, A runter gesehen, B nach oben bekommen, beides dreitellig. Und jetzt eben den Impuls nach unten gesehen haben, heißt, dass das Ganze hier theoretisch schon done sein kann. Da können wir nämlich auch gerade mal hier den Subcount noch anmachen. Wir gehen nämlich jetzt, und das hat sich zum letzten Video geändert, davon aus, dass dieser Impuls an sich schon bereits hier abgeschlossen ist. Bevor wir jetzt aber hier in die Detailanalyse einsteigen und auf den kleineren Timefirm für den Subcount hier eingehen, ganz kurz wie immer der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades einsteigen, halten wir euch da immer in unserer kostenlosen Telegram-Signalgruppe up to date. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So sehen die Signale hier beispielsweise aus. Wie immer muss natürlich dazu gesagt sein, das Ganze ist keine Anlageberatung. So traden wir, ihr könnt diese Trades nachmachen, müsst das so natürlich nicht. Zudem traden wir hier auf Bidget, gibt es auch einen Link in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch darüber registriert, spart ihr euch erstens 10% lebenslänglich an Gebühren, unterstützt natürlich den Kanal und habt, wenn ihr hier die Signale nachtraden möchtet, überhaupt keine Kursabweichungen mehr. Talking News Gruppe auch verlinkt in der Videobeschreibung. Falls ihr den Austausch in der Community haben möchtet oder einfach so kleinere Trade-Ideen und Updates eben im Laufe des Tages dann von unserer Seite aus nicht verpassen möchtet. Gut, dann gehen wir hier runter. Wie gesagt, wir gehen davon aus, aktuell, dass der Impuls dann ist. Sprich, wir gehen jetzt mal kurz auf den Stunden-Timefilm und schauen uns an, wie wir das Ganze hier aktuell gecountet haben. Eigentlich die 4 hat sich nach wie vor nicht bewegt. Nur gehen wir jetzt einfach, ja, abweichend davon aus von dem gestrigen Video eben, dass wir hier einen 1, 2, 3, 4, 5 reinbekommen haben. Heißt, dass das Ganze hier, wie gesagt, aktuell dann ist. Wenn wir jetzt hier nochmal auf den 4-Stunden-Timefilm rausgehen, würde das bedeuten, okay, die Orange-Schnitt 2 ist demnach dran und wir sind aktuell in der Orange-Schnitt 3. Gehen wir nochmal runter auf den 15-Minuten-Timefilm und schauen uns an, wie wir dann demnach aktuell jetzt bereits die Orange-Schnitt 3 counten würden. Und zwar zoomen wir da erstmal ein bisschen ran. Erstmal nicht erschlagen lassen, gucken wir uns jetzt hier im Detail an. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wir hier den ersten 5er bereits abgeschlossen haben. Und zwar in Türkis heißt 1, 2, 3, 4, 5 hier bereits abgeschlossen. Demnach unsere erste übergeordnete 1 gesehen und würden jetzt korrektiv runterkommen in der 2. Ja, nach wie vor gibt es natürlich theoretisch die Option, das war auch im gestrigen Video noch Stand der Dinge, dass wir eben hier die 1 gefunden haben, hier mit dem H hier links und dann hier mit einer dreiteiligen A, dreiteiligen B jetzt hier aktuell noch nach oben rechnen und jetzt den Impuls runterbekommen. Ihr könnt aber schon sehen, das ist proportional schon relativ schwierig, gerade wenn wir hier die A zu B anschauen. Deshalb sagen wir einfach aktuell, okay, es ist unserer Meinung nach einfach wahrscheinlicher, dass wir einen Impuls eben im Leading hier bis zum Top ausgebildet haben und jetzt dann eben runterkommen würden. Hat sich aber bei den Bereichen an sich nichts geändert, die haben gehalten. Demnach, wie gesagt, gehen wir davon aus, Top jetzt hier aktuell erstmal hinterlegt. Kann sein, dass wir nochmal ein weiteres High sehen. Jetzt aktuell nicht unsere primäre Erwartung. In beiden Fällen erwarten wir dann aber hier unser Retracement, was aktuell beginnt hier bei den 25.870 US-Ziller mit Fokus auf den Golden Pocket bei den 25.600 US-Ziller. Wir gehen nochmal ganz kurz raus auf den 4-Stunden-Timeframe. Wenn wir jetzt hier natürlich unseren Impuls erwarten würden, würden wir das natürlich hier nicht, sondern hier würden wir bei diesem Count eben dann natürlich hier nicht den Impuls, wie wir es gerade gesehen haben, erwarten, sondern hier würden wir natürlich dann drei Teile erwarten. Heißt das, dass das dann bereits jetzt die A gewesen wäre, wir jetzt runterkommen in der B und dann eben nochmal mit einer 10 Richtung High-High zu kommen. Ist denke ich selbsterklärend, aber in beiden Fällen erwarten wir jetzt hier definitiv erstmal das Retracement. Jetzt kommen wir eigentlich zum wichtigsten Count aktuell, zu unserem Primär-Count. Da machen wir uns mal gerade die beiden anderen aus. Und zwar gehen wir eigentlich im primären Szenario von folgendem Count aus, dass wir hier einmal hier links das High gefunden haben, dann uns aber jetzt hier im WXYXZ nach unten hangeln. Gefällt uns einfach aus proportionaler Sicht einfach aktuell am besten. Demnach ist die WXY bereits hinterlegt. Wir kommen aktuell hoch in der X, um dann eben nochmal ein weiteres Lower Low reinzubekommen, was eben gerade bei vielen Börsen dann nochmal dahingehend passen würde, dass wir hier die Liquidität, die wir unter diesen Wikilinks gebildet haben, nochmal fischen würden. Wenn wir jetzt nämlich sagen, okay, das Ganze ist hier bereits dann, dass hier unsere 2 hier rechts drin ist, kommen wir jetzt hier erstmal nicht mehr runter, sondern pumpen jetzt hier in der 3 hoch. Heißt, die Liquidität, die hier bei Budget definitiv drunter liegt, würden wir dann nicht mehr holen. Beim Index-Chart haben wir das Low zwar hier mit dem rechten Low geholt, wie gesagt, aber bei einigen Börsen ist es eben so, dass der linke WIG hier wesentlich tiefer ist. Mit einem großen Schatten heißt, da liegt Liquidität drunter, die wir uns eben mit diesen Countern im Endeffekt holen könnten. Ja, Stundentime-Film, wie haben wir aktuell unsere 2. X nochmal unterteilt, und zwar im ABC im Flat, heißt 3TG A, 3TG B und bekommen jetzt hier aktuell den Impuls nach oben rein. Demnach die nächsten übergeordneten Haltestellen hier einmal die 28.370 bis hoch aufs Golden Pocket bei den 29.450 US. Du solltest da starken Fokus einfach auf diesen Bereich legen, beginnt hier beim 0,5er und geht hoch bis zum Golden Pocket. 15 Minuten-Time-Film ist im Endeffekt dann eigentlich derselbe Count wie bei den anderen beiden Counts, die ich bereits gezeigt habe. Und zwar auch hier gehen wir natürlich dann davon aus, dass wir jetzt hier einen Impuls ausbauen. 1 bereits gefunden, kommen jetzt runter in der 2, kriegen dann mal eine 3, 4 und 5 rein und würden dann eben hier oben unsere X ausbauen. Sprich, auch hier bleiben die Bereiche im Endeffekt gleich. Was es hier noch gibt, vielleicht erwähnenswert, dass wir eben hier in unserer X kein ABC hier im Flat reinbekommen, sondern eben in Form eines Triangles, heißt, dass wir hier eine ABCDE eben erwarten würden, heißt, dass wir hier noch ein bisschen seitwärts laufen, um dann eben hier im Triangle unsere zweite X auszubauen, um dann im Anschluss nochmal mit der Z eben abzuverkaufen. Gefällt uns einfach auch dahingehend ganz gut, da wir in unserer ersten X bereits einen Expanding Flat reinbekommen haben und dass wir in beiden X-Korrekturen sozusagen jetzt hier beide mal einen Flat reinbekommen, ist einfach eher unwahrscheinlich. Und deshalb ist einfach eben für uns die Triangle-Option im Spiel, ist aber aktuell noch zu früh, das jetzt wirklich festzulegen. Deswegen Fokus aktuell hier auf den Impuls und eben auf den Rücksetzer, den wir jetzt hier in allen Fällen bei Bitcoin erwarten. Gehen wir rüber in Ethereum und beginnen auch hier ganz kurz auf dem 4-Stunden-Timeframe. Hier gehen wir natürlich auch davon aus, dass unser Boden bereits hinterlegt ist. Hier gibt es zwei Optionen, einmal in Form des Doppel-One-Two, das heißt rotes One-Two einmal drauf und dann in der roten 3 nochmal unser orangenes One-Two, ist aber ein bisschen bullischer als Bitcoin, deshalb unser primärer Account, das wir jetzt eben hier in WXYXZ mit der Z hier noch truncated sind und demnach auch hier nur ein One-Two drauf haben und aktuell auch hier in der orangenen 2 sind. Hier gibt es im Endeffekt eigentlich fast dieselben Optionen. Wir haben hier einmal unsere Option im A, B, C, dass das Ganze bereits dann ist, sprich dreitellige A, dreitellige B, hier den Impuls runterbekommen, da könnt ihr den Subcount auch schon erkennen. Heißt, dass wir hier mit unserem letzten Low bereits die zwei eben vervollständige Ketten und jetzt aktuell bereits in die 3 rein starten würden. Auch hier können wir uns natürlich mal direkt den 15-Minuten-Timeframe anschauen, wie wir aktuell den Beginn der orangenen 3 in dem Fall unterteilen würden. Und zwar auch hier selbe Farben, selbe Account wie bei Bitcoin. Auch hier im Leading die 1 gezählt, heißt 1, 2, 3, 4, 5 in Türkis. Demnach ist auch hier die rote 1 hinterlegt, würden dann aktuell demnach runterkommen in unserer roten 2. Hier beginnen die Bereiche bei den 1.590 US-Tonner mit Fokus statistisch gesehen auf dem Golden Pocket bei den 1.575 US-Tonner. Soviel eigentlich auch hier zu dieser Option. Gehen wir direkt weiter in das WXYXZ, was uns auch hier demnach natürlich am besten gefällt. WXY heißt WXY bereits hinterlegt, sind aktuell in unserer zweiten Welle X und zählen diese wie folgt im ABC, sprich A eben als Impuls hochbekommen, jetzt hier die B aktuell runter und bekommen jetzt hier eben nochmal die C im Impuls nach oben. Hier beginnen die Bereiche bei den 1.726 US-Tonner. Der Fokus liegt hier ganz stark, unserer Meinung nach, auf dem Golden Pocket in Kombination mit dem 1-to-1-Ratio bei den 1.790 US-Tonner. Und der Count ist auch hier wieder dasselbe. Auch hier würden wir natürlich dann den Impuls nach oben raus erwarten, wo wir aktuell unsere rote 1 bereits gefunden haben. Jetzt runterkommen in der roten 2, 3, 4, 5 dann eben noch den Count vollenden würden. War jetzt relativ viel. Sollten irgendwelche Fragen noch zum Count, zu den wichtigsten Levels offen sein, uns gerne entweder in den Kommentaren oder in der Talk-News-Gruppe wissen lassen. Und damit würde ich sagen, Trading on Air ist raus. Wir sehen uns entweder später in der Talk-Gruppe oder sonst morgen regulär zum Krypto-Update wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.